Das ist der Amazon-Bestseller unter den Beamern und der kostet gerade mal 69,99 Euro. Der Wambo Mini-Beamer ist wirklich überraschend klein und auch echt ein bisschen zu leicht, wenn ihr mich fragt. An Anschlüssen bekommen wir USB, HDMI, einen Stromanschluss und natürlich auch einen AUX-Anschluss. Und auf der Rückseite sitzt noch ein Micro-USB-Port, so kann man ihn unterwegs mit einer Powerbank nutzen. Leider fehlen so Füßchen zum Ausrichten, deswegen mussten wir uns hier ein geiles Setup bauen, dann den Fokus richtig einstellen und dann bekommt man tatsächlich ein halbwegs scharfes Bild. Die maximale Bildschirmdiagonale liegt bei 150 cm, man hat kaum Einschränkungsmöglichkeiten und dann wollten wir einen Fire-TV-Stick dran machen, hat nicht funktioniert. Dann also Laptop dran und dann muss man hier mit der nativen 360p-Auflösung leben. Und das Bild ist dunkel, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wofür so ein Ding gut ist. Nicht zum Zocken und nicht für Filme, vielleicht für eine Präsentation.